Nein, nicht verlieren, sondern eher, dass der Killer dadurch, ja, wie gesagt, Rasserei bekommt. Genau, Rasserei bekommt. Je stärker die Rasserei ist, dass du dann zum Beispiel so ein Instant, dass du dann direkt liegst. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er hat Rasserei und du liegst direkt oder er hat keine Rasserei und du liegst nicht direkt. Weil so ein Heibes direkt liegen geht ja nicht. Ja doch, es gibt noch das Rasserei und du bist tot. Also, die einfache Variante ist, du liegst direkt. Die starke Variante ist, du bist direkt tot. Also, ich habe schon Herzschlag. Ich kann dir aber noch nicht sagen, was es ist. Ich habe Generator. Ich kann dir sagen... Ich habe auch einen Generator. Ich habe auch Herzschlag. Ich weiß auch nicht, was es ist. Und ich hatte gerade eine Clodette, die weggelaufen ist. Och, wir haben den Fallensteller, wenn ich das richtig gesehen habe. Da haben wir. Ja, aber ich streame auch Sins. Ich habe da gerade eine 100 Baby-Challenge noch haben. Also, was heißt denn hier noch haben, die habe ich erst angefangen. Da müsste ich mal weiterspielen. Ansonsten kann ich ihn frei. Und da wird erst mit dem, mit dem Herrn, ich soll nicht her sagen. Er wird mit dem 79er, der nur wahrscheinlich ist, das hat gespielt bei mir und er nimmt das für seinen YouTube-Kanal aus. Du läufst ja nicht mehr weg. Nö, ne, ich lauf nicht mehr weg. Ne, dann hab ich den random. Wenn der Typ gerade durch die Hegel getragen worden ist, dann bin ich das. Ja, nein. Er wird zu mir kommen. Er baut natürlich eine Falle direkt an den Hügel. Genau. Und er versucht jetzt gerade noch eine zweite Falle dahin. Alles klar. Der ist nicht schlecht in dem Falle. Naja, das ist keine dumme Idee. Das ist strategisch eine gute Idee. Und zwei Leute hängen am Generator und einer hängt irgendwo dahin rum. Keine Ahnung. Ja, das kannst du aber auch nur sehen, weil ich die Fähigkeit habe. Ja, ich weiß. Ne, ich kann die Leute so oder so sehen. Achtung, fallen. Direkt am Aufgang sind fallen. Ja, ich muss mal kurz warten. Okay. Da ist einer. Da ist einer. Ja, random, genau da ist einer. In dem Moment hat er ihn gerade von mir weggeholt. Ja. Ich weiß jetzt natürlich nicht, mir folgte gerade nicht. Nein, random bestimmt. Ja, ja, tut er. Ich habe auf alle Fälle auch, wenn, wenn Sati dazu Lust hat, mit Sati, ähm, auch, ähm, Pristen-Architekt, der Pristen-Architekt-Multiplier-Stream, den wollen wir auf jeden Fall machen. Da bin ich auch gerne dabei. Wobei wir uns da absprechen müssen, wer hostet und wer nicht hostet. Ja, da kriegen wir ihn. Weil... Seid ihr in der Nähe von ihm? Ja. Ja. Okay, dann nutze ich mal die Chance. Ja, genau. Da, wo da gerade der Generator fertig wird. Doch, doch nicht. Pass auf. Da ist Richtung. Du hast direkt, doch komm. Nein, da kommt der Killer gerade her. Der Killer läuft nämlich in deine Richtung. Ja, ich... Autsch. Äh, die schon wieder. In dem Moment, wo du auch an die Probeinahler ging, die geht zwar in der Richtung. Äh... Ich häng' nicht richtig, häng' mich nochmal. Bitte. Danke. Ja, ich kenne das Problem, dass mit dem nicht richtig häng'n. Er wird sich fallen. Oder in dem Lustiger. Ja, ich lös' ich lös' ich hab' gerade die Falle dahinter im Dings abgeh... ausgelöst. Wir sind in deiner Nähe, oder? Ja, ich hab' nur Herzschlag. Ja, ja, ich seh' ihn bei dir. Jetzt stellt er Falle. Genau. Ich bin relativ nah dran. Gut, dann kümmere ich mich hier hinten um die... um den Generator. Der hat eine Falle im Gras hingepackt. Ich hab' Herzschlag. Ja, er ist wieder da. Ja. Ich seh' ihn nicht. Ja, er fängt, glaub' ich, mit so'n irgendwo anderswo innehauf. Ich hab' keinen Herzschlag mehr. Ich hab' Herzschlag bei dir. Ja, jetzt hab' ich auch wieder. Rumpi, ich häng' hier noch. Ich häng' hier noch. Du kannst gehen. Ich hab' keinen Herzschlag mehr. Der ist aber hinter mich helfen. Ich hab' jetzt einfach mal knallen lassen. Ja. Ich hatte gerade Herzschlag. Ja, dafür hab' ich Luray. Ja, dafür hab' ich Luray. Da kommt ab. Nein! Das gibt's doch nicht, ey. Hab' ich auf meine Stirn zu schrie... zu... zu stehen? Bring' mich zuerst rum? Nein. Bring' mich auf, haste draufstehen. Und auf dem Rücken... kill' mich. Ja, ich hab' den Rücken abkommt. Statt kill' mich... äh, kill' B, kill' Ray. Ja, alles klar. Ja, 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 ja. Ich hab's versucht. So ein schlechter Spiel von meiner Seite. Ich bin gerade, Alter. Ach, aber mein Mann kommt gerade nicht hier, Alter. Das ist ja... So, er hängt mal wieder durch. Ich... ja. Nein, 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 nein. So. Ja, er rennt wieder dir her. Oh, ist okay. Ich bin zur... Was? Wir haben zur Stattung. Ach, direkt in dem Haken. Ist ja... Ist okay. Okay, das soll dein Blacky gehen, aber passt aber auch mit dem 70er-Handwort. Immer. Ja, gute Besserung, Blacky. Deiner Stimme auf jeden Fall. Du solltest einfach nicht mehr einkaufen gehen. Ja, dann, äh... Keine Spaceless, alles klar. Ja, ich wollte dich jetzt gerade zur Tindung. Ne, vergiss es. Ich will dich nicht. Ich geh lieber zu... Ich geh lieber sterben. Das ist einer, wo die Klappe ist. Ne, keine Ahnung, wo die Klappe ist. Ne, der hat auch noch Probe habe ich hier und Chili drüber noch. Autsch, Zeit. Ich habe mir gerade, äh, deine Mastodon-Vorstellung durchgelesen. Das tut echt weh. Ja, ich kann sie wieder schnell neu bearbeiten. Du kannst mir gerne, äh... Beispiele schicken. Oder eine Idee schicken, wie es besser sein sollte. Äh, es ist auch etwas her, seitdem ich das gemacht habe. So. Und Blacky sagt, Raid incoming! Alles löschen und neu schreiben? Ja. So schaut's aus. Ja, und mich hängt doch in den Keller. Ja, du kommst ja eh nicht mehr weg. Ja, verdammt, ich hätte disconnecten sollen. Hier ein echter, guter Spieler. Ja. EJ und Mia, Hallöchen. Hallo, Herr Minister. Willkommen bei Dead by Daylight. Wer hätte das erwartet, dass wir spielen? Ja, Herr Kust. Ja, Herr Kust.